ja ja den namen sehe ich nicht weil ja rechts rechts ist eine krone dass der ja okay verstanden ja das ist ja auch nur komplett los bei mir sind alle grünen wir müssen beim nächsten bei mir sind alle grünen nur richtig ja ich habe noch nie persönlich gesprochen ja also ich kenne die szene von obi und tritt dieser muss man so aus japan habe ich gehört mal um die eine zweite chance gibt jetzt nur tricks merken kann ich die lautstärke einstellen und hier gibt störsignale du musst du hast wahrscheinlich trotzdem natürlich ganz so ein alter ist gesorgt auf den nerven das ist wie wenn so ein radio kein empfang hat okay das weg jetzt weiß ich wo störsignal er kam heute ist wieder alter was ist denn das keine ahnung kann das durch wlan kommen ist alles richtig eingesteckt sascha rufen sohn und du musst ja kann ich machen kann mir jemand auch noch eine einladung schicken wir wollen die partie einladung oder jetzt game einladung noch ich kann nur spieler hinzufügen alle 58 leute ich mit dem druck kann ich umgehen sehr gut ich habe ja auch in den ersten zwei sektoren nicht ich höre nicht hörst du ich mach es dir ein bisschen deutlicher wir haben schon 20 fahren oh Gott warte 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 ich muss mit dem arm wiki 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 ich habe in den twitter predeschrieben wiki wiki stellt hinten rein wo soll das augen darstellen wo ja ja ich schreibe ich stehe die hat mich mit meinen namen angesprochen also mit meinem richtigen namen nicht mit meinem titsch namen oder was soll ich sagen machen aber ich habe auch eingeschrieben vielleicht hat er mich begrüßt vielleicht 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 denke ich habe mir steht dann bei mir steht nur locke ich edelmalz gary du hast gar nichts reingeschrieben bei mir ich habe direkt als erstes reingeschrieben das erste was ich habe ist von stevie guten abend der wurst von edelschmeiz haben wir dann los so hat sich rettig hast du jetzt was scheiß drauf ich mache die boxen assistenten wieder an ich will keine strafe es reicht schon wenn ich in der srl eine strafe bekommen kann was geht ja schon los nein aber was sprechen wir ja so ich war in meinem handy vertieft ja ich muss mich jetzt immer aufrichten das habe ich sogar noch meine lange hose an ist doch zu kotzen ich habe auch eine lange hose an jetzt schon die hose ja ich auch aber ich will eigentlich kurz so sonst und mein nirvana shirt und schwarze tisch ne ich habe socken an weil ohne füße weil barfuß geht gar nicht mach doch die fußkamera hast du wieder kopfkino boah das war hobbitfüße und keine männer füße wunderschieb oha es regnet wie es regnet ich habe kein regen fett ab das geht nicht ich sehe ich gerade auch gott sei dank ich habe mich kein regenswert gemacht weil ich das spanien ist in spanien man regnet schon in spanien wenn du auto fährst ja so gehen nach spanien da scheint immer die sonne ja nie ist klar fiktig über das kann man das essen einfach die ganze tabelle bei mir leer ist wirklich die namen fehlen keine ahnung ich sehe keine tabelle ich bin in der box jetzt siehst du den fahrer stand ich bin namens drehmann wahrscheinlich wahrscheinlich fliegt bei mir dann eben das internet gleich weg aber hauptsache ich habe eine aufgabe das gleiche das filmst dann internet fliegt weg und dann streamst du eh wieder ja weil das einfacher ist fahren gefahren nicht alle aufs hofft ich war mit hart er geht mit dir man fahr mal ich muss mich erst mal ins auto gewöhnen da bist du aber ziemlich spät dran das sind nämlich schon welche auf der stadt ziege ich weiß das auf der box raus das lohnt euch ich werde mit mediums niemals unter die top 10 kommen ich werde nicht mal mit den softs in die top 10 kommen da wird man nicht mehr aber ich habe ja auch gewillt im diensteig habe ich auch gewillt q2 mit mediums hat nicht ganz hingehauen Mediams Mediams Medi-Real Medi-Klurianer Mediams Obt� Mediams 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 Mediatri mediams Ich habe einen lila ersten Sektor, what the fuck, jetzt 30 Sekunden gebraucht dafür. Aber Hauptsache Team Renault verlassen, ja, nee, ist klar. Das ist egal, jetzt gehörst du mir. Ich gehöre ja keinem, ich bin kein Hund. Ach nicht? Komm. Das sind alle aufgehalten. Ich mach mal den Stream ein, ich muss ein paar Kanalpunkte sammeln. Boah, 105 Zuschauers gehen da ab. Dein Ernst? 108, krass. Ja. Meinst du, weiß nicht, wer sich das also anguckt oder was? Ich werde, wenn Steffi ein bisschen besser aussehen würde, dann halt noch mit der Facecam streamen. Was meinst du, wie viele Leute dann zu schauen würden? Ja. Ich schlage das noch mal vor. Ja. Ja. Mach mal OP. Keine Eier. Ich werde aber keine Eier. OP für Klicks. Ja. Ja. Dann abonnieren die Leute die Show. Nein. Gott, schau den Stream an. Kommt alles als Live-Kommentar direkt in die Welt rein, die Scheiße. Ja, schön ist das. Wenn du aus der Outlap, wenn dich alle vorbeilehst, obwohl du auf der Outlap bist. Schön vorbeifahren, damit man gleich keinen Links hat. Keinen Dirty Air. Ja. Haha, Steffi ist hinter mir. Lol, der ist mit Mediums hinter mir. Gott. Das war jetzt meine erste schnelle Runde. Ich preis auf die zweite auf. Was machst du denn die ganze Zeit? Äh, ewig gewartet, dann rausgefahren, dann gedreht, dann wieder in die Box, dann wieder rausgefahren. Also lächeln und winkeln. Ungefähr. Boah, viel zu viel gebrannt. Das ist schon zu viel Spaß bei. Das ist schon zu viel Spaß bei. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Das ist schon zu viel gebrannt. Schöpfe. 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 Schluchze. Ach, Mensch, Lukas! Ich will rausfahren. Ach so! siehst du die ganze was ich die ganze stelle runde zu machen reifen wechseln und dann noch mal eine schnelle runde sechs minuten hier ist wie auf der arbeit ja auch kreis die tür reingekommen habe ich hier hingesetzen jetzt komisch und umstehen fahren würde der kam spät ein elfter hier ist bewusst dass dahinter der nur hinter dir ist weil er ausgeschieden ist oder okay also schämst du dich nicht dafür ja dann ist okay ein 1 15 1 über den verarschen nein 16 1 gefahren noch fünf minuten in dieser session alles fertig so lange ich verstehe wir werden es alles gut bin ich glücklich von mir fährt ein der klaren das ist nicht so langsam das ist gut ja mach mal gib mir windschatten jeff sei leise bestätige bestätige nein ich weiß gar nicht ob ich noch mal eine runde fahren soll was bist du für eine zeit gefahren 1 15 9 ok muss halt so wie ich fahren mit gas ja mit der ganzen dtr die du mir gibst nicht ne aber ganz 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 schnell muss doch reifen weg sind nur wegen diesem lukas alter es hört sich zwar gleich an ist aber nicht gleich also ich komme gleich nach berlin und heute aufs bord kommt es auch jetzt schneller klein was bist du für eine 1 19 gefahren der 1 19 0 1 15 los jetzt jetzt fahr doch endlich jetzt 1 15 fuck das reicht nicht ich muss irgendwo kappen ich muss irgendwo kappen ich ziehst durch schalt drauf die griechelt die strafe dafür da wo du gerade gekannt hast du natürlich verbremst das zu auch für die nächste runde gleich wenn ich besser mit dem knüppel umgehen kann ich bin so auf den abstand gespannt zwischen uns 5 und 3 wegen sieben sekunden aber kann ich meine reihe machen heute andere strategie nur zwei fisch direkt hinter dir aber an sich passt er auch zum kostüm so der deadpool kraft einfach von spider-man die haben das passt auf dem kurs zu sagen was ist das die wie steht vor uns ja ich bin selber schwer enttäuscht von mir ich war im zeitfahren der 1 15 3 weißt du was die schlimmer ist top mails vor uns war wieder vor uns jetzt kannst du mal sagen wir auf drei fünf und acht und zehn ist gar nicht auf drei christian auf fünf edelwein 1 als ob halt der b-liger fahrer der jetzt aufgestiegen ist willst du mich komplett von tindern oder was kein wunder hat er alles gewonnen der b-liger ich hatte es so dass man einfach warten muss bis diese scheiß zeit abgelaufen ist zeit muss nicht ablaufen viel spaß machen mit dem getriebe naja guck dir mal den abstand zwischen tom turbo zu edelmals an wer drückt eigentlich jetzt schon immer direkt auf weiter ich habe nichts gedrückt wahrscheinlich hat er nicht gedrückt sondern andere und jetzt rastet er voll aus start 20 30 zu einer pause sieben minuten war sie sollen sie minuten machen schreibt mal bitte in die gruppe rein laut regeln morsen fünf minuten pause und und schreibt es direkt mit mit der op dazu ja da ist auf position 6 wieder ja noch regen aus schon sonnig wer das ist das anfängt zu regnen ja da ist schon kein bock mehr erfahr ich nicht mehr ich bin draußen ich habe nur eine runde zusatz sprit mitnehmer zu finden scheiße ja weil das auto voll ist du hast halt einen begrenzten tank nur ja das ist ja scheiße scheiße das ist wenn dann es ist botnist vielleicht fahr ich ja mit hart los dann müssen wir miteinander sprechen maximum 67 ja mehr geht mit naja voll das ding naja ich war auf mediums medium hat medium hat okay ich war hat medium welche ohne kommst du rein laut spiel eine runde 28 also ich bin natürlich auch wenn du nicht mehr und ich bin natürlich auch für dich das ist wie ich glaube ich gehe noch auf die letzte bis gleich komischerweise kommt die safety car hier fast leichter als in monaco habe ich das gefühl dreimal ich hatte gedacht viermal bei viermal was aber nur gelb und ich habe mich auf toilette verzogen kam dann ziemlich verwirrt wieder ist die sagt ein safety car ein faust Natschow sagt ein Safety Car Die Glück an Angelschrank Lucas Park Lucas Park wird auch mit den Leich irgendwie gar nicht im Schirm gehabt Sorry Ist das ganz bald vorbei? Irgendwie man kann sich halt in 18 Minuten kann man sich nicht auf 20 Fahrer Ist das einfach zu gut? Wir sind auch komplett auf 2 Safety Cars Aber ich denke mit 2 sind wir ganz gut dabei Was hab ich gesagt? Finn hat die Session verlassen Pfff Du hast auch 2 gesagt Ich hab schon jetzt keinen Bock mehr gehabt Wir haben gesagt einfach absolut nicht mehr Es ist ok Wenn man uns nicht mag Kann man so tun Direkt nur auf VSC Ok Weißt du wofür VSC steht? Völlig unnützes Zeug Ne Weißt du wofür VSC steht? Völlig unnützes Zeug Völlig unnützes Zeug Ne Völlig unnützes Zeug Beim S.H.L.Rennen Beim S.H.L.Rennen Hatten wir 5 mal VSC und kein Safety Car Bei welchen? Echt? Boah ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern Stimmt Ich meine Na aber kannst du doch deine US so umprogrammieren dass dir uns dann das alles vorliegt oder? Alter wann geht es denn mal los hier? Ich sitze hier auf heißen Kohlen ey Alter War das nicht schön? So traumhaft War besser wie die Paula Kuh Alter du musst nur da sitzen Und zwar wie viel Bier hast du heute getrunken? Äh Gar kein Was? Doch eins nach der Arbeit aber das ist ein paar Stunden her Die Paula ist eine Kuh Weißt du? Ja genau Die Paula ist eine Kuh Ah ja Wo ist Mr. Kuh? Nee Oh das war so gut Und zwar herrlich Keine Ahnung Ich habe halt 2.6 gedrückt Wahrscheinlich vom Turbo Mit hat schon nichts gedrückt Die Paula ist eine Kuh Die macht nicht einfach Oh Vor mir ist Medium Stini hat Medium Im pinken Auto Das ist echt der einzige der mit Tat rumfährt Leute fährt hier vor mir vorbei Alex das ganz eilig Ich bin halt ein Disconnect Also ich komme ein Das Auto auf Betriebstepp Wir kommen zu bringen Das hat einfach nur weggekommen Habe ich gemerkt Versuche so oft wie möglich zu schalten Ich habe es so einen Riecht Ich bin Da geht aber nicht lang Falsche Strecke Da ist nicht der Meck ist Alter leid ich dein Ernst Stevie Und dann machen wir das war Ich Ah Wer war das? Wer war das? Mein Felser Alter Wegen Dank Wer ist er stand ich jetzt mit kalten Reifen Wegen Ja Wer hat denn da einen Abgang nach rechts gemacht? Junge Der Ich war Ich war in der Kurve innen Er war links neben mir Und zieht nach rechts Alter Da vorne der Ferrari Leckt übelst rum Und ich sehe den Namen noch nicht mal Ich bin 13 Aber ich glaube der Ferrari Ich glaube der ist nicht da wo er sein sollte Der ist nicht da wo er sein sollte Der ist im Moment gut aus Doch ist 10 Der ist nicht da wo er sein sollte hoffentlich macht er gleich zumindest die reifen zauber er hat mich so abgeschossen dass ich wieder abgeflogen habe ich dreckige räder natürlich auch bleibt mal schön rechts hochschalten die startsequenz beginnt sobald alle fahrer in position was mit finn los automatik trübe nein die reifen bleiben dreckig nicht dein er kommt schon bitte den back 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 ja weißt du ich war das so geil wo du geschrieben hast ja richtig soll die lobby machen dass die stabilere leitung ja nie ist klar wir warten auf richtig ja noch film aber auch auf richtig wer hat es dir wie gesagt seine standleitung ist zu schlecht vor allem ist die hat er immer die leitung gemacht hoffentlich habt ihr jetzt auch alle kalte reifen ja mittlerweile ja neu start ich komme gar nicht raus das ganze spielt sich aufgehangen ich schließe dich gleich alex mit der schnellsten rennrunde ich schließe dich